Willkommen bei einem neuen Video. Heute werde ich euch alle meine Pokale zeigen. Mein erster und erfolgreichster Pokal war dieser Pokal hier. Das war ein E-erster Platz der Union Hallenturnier in Blochingen. Da wurde ich mit meiner Mannschaft Erster. Das persönliche Turnier war mein bestes persönliches Turnier. Wir fangen weiter mit diesem. Das ist nur ein Plastikpokal, aber es ist ein Handballpokal, nicht ein Fußball. Wie ihr hier auch an dieser Figur sehen könnt. Es wurde in Duslingen ausgetragen und da war ich noch ein Minispieltag hin. Das hier, den Pokal habe ich gewonnen. Und das ist eigentlich ein ganz normaler Pokal. Der hier sieht ja aus wie der Champions League Pokal. Den habe ich aber im Handball gewonnen. Guck, da könnt ihr sogar draufstehen. Erster Minispieltag CVJM Dettingen, CVJM Hülben. Das war am 25. Januar vor zwei Jahren. Dann kommt der hier. Der war am Fußballcamp. Der ist ein sehr schöner Pokal und der ist gut. Das ist genau der gleiche Pokal wie der erste, nur dass der ein Jahr früher war und da wurde ich nur zweiter Platz. Der hier ist auch sehr schön. Da fehlt jetzt das, was in der Mitte eigentlich hier immer steht. Da steht ja sonst immer was. Oder ein Bild. Das war auch ein Blocking, da haben wir halt gewonnen. Und dann kommt noch der riesige. Das ist ein Laufpokal. Da wurde ich erster Platz auf 800 Meter. Und das ist ein Gut. Und hier seht ihr mich nochmal. Wer liked das Video bitte? Oder abonniert es? Bitte, bitte, bitte. Ihr seid die Babas. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.